Wegen der Popularität der AfD reagieren die deutschen Altparteien hysterisch. Dabei gäbe es ein einfaches Gegenmittel, weniger Ideologie in der Einwanderungs- und Energiepolitik. Doch es ist leichter, auf die Rechten zu schimpfen, als etwas zu ändern. Durch ihre bisher mehr gefühlten als realen Erfolge zwingt die Partei zur Diskussion über Themen, die den Wählern augenscheinlich wichtig sind, die aber in der politischen Debatte verdrängt werden. Entgegen der landläufigen Meinung gefährdet die AfD auf diese Weise nicht die Demokratie, sondern trägt zu ihrer Stärkung und Erneuerung bei. Ein Machtkartell verhindert Änderungen in zwei Bereichen, obwohl die Unzufriedenheit der Bürger hier noch schneller wächst als die Popularität der Rechtspopulisten, in der Migrationspolitik sowie der nicht minder dysfunktionalen deutschen Klima- und Energiepolitik. Der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, war auch in Mannheim, weil eben viele gesagt haben, wir waren schon die ganze Zeit so ein bisschen im Haken und hatten das Gefühl, wir werden nicht so wirklich richtig von der Regierung beschützt. Und es war dann so das Signal, einfach zu sagen, wir haben absolut keinen Bock mehr und es ist irgendwas einfach läuft falsch. Dass es in Deutschland mehr kriminelle Fälle in letzter Zeit gegeben hat und die AfD sich ja dahingegen einsetzen möchte. Beide Themen berühren den Kernbereich der Lebensführung. Muss ich mich fremd im eigenen Land fühlen? Muss ich fürchten, dass der lange Arm des Staates bis in den Heizungskeller reicht? Es geht um Identität und die Frage, ob in der schönen neuen Welt noch Platz für herkömmliche Lebensentwürfe ist. Die Regierung und die Unionsparteien bilden eine Schweigegemeinschaft, weil sie für die gemachten Fehler gleichermaßen verantwortlich sind. Der Verzicht auf die Atomenergie war ein rot-grünes Projekt, das von Angela Merkel radikalisiert wurde. Die aus dem Ruder gelaufene Öffnung Deutschlands für Armutsmigranten geht wesentlich auf Merkels Willkommenskultur zurück, doch entspricht diese einem Herzensanliegen der Grünen. Kein Wunder also, dass sich die Altparteien mit Kurskorrekturen schwer tun und mit ihrem durch rituelle Attacken nur mühsam kaschierten Kartell fortfahren möchten. Die Brandmauer gegen rechts ist eben auch eine Brandmauer gegen Veränderungen. Doch wie es bei jeder Realitätsverweigerung so ist, irgendwann fressen sich die Fakten durch. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und zugleich die Armutsmigranten aus Afrika und Westasien übersteigen die Kräfte der Gemeinden. Wenn in einem 500-Seelen-Dorf in Mecklenburg-Vorpommern ein Containerlager für 400 Neuankömmlinge errichtet werden soll, wird der in Deutschland lange verpönte Begriff der Überfremdungsangst plötzlich aktuell und konkret fassbar. Da braucht es keine gelehrten Abhandlungen über die Weimarer Republik und die Gefährdung der Demokratie durch rechtsextreme Agitatoren. Da genügt eigentlich gesunder Menschenverstand, um zu spüren, dass eine solche Überforderung auf Dauer nicht gut geht. Die Überfremdungsängste sind auch nicht das Produkt der deutschen Geschichte und von Restbeständen an narzisstischem Gedankengut, sondern einfach ganz rational. Da tickt das Dorf in Mecklenburg-Vorpommern nicht anders als eines in den Schweizer Bergen. Der Common Sense ist allerdings bei Politikern und Journalisten vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterrepräsentiert. Die Journalisten, mit Gehältern und Pensionen in den Funkhäusern gut versorgt, halten an ihren Überzeugungen fest. Die Politiker, auf die Bestätigung durchs Volk angewiesen, kommen hingegen ins Grübeln. Sie wissen, dass von dem Gerede über Brandmauern nichts übrig bleibt, wenn sich die AfD auf Dauer im Osten als stärkste Partei und im Westen als die eigentliche Opposition etabliert. Natürlich wird es dann irgendwann Absprachen mit Björn Höcke und der AfD geben, so wie sich die SPD 1994 in Magdeburg von Kommunisten dulden ließ, die fünf Jahre zuvor Chris Geffroy an der Berliner Mauer ermordet hatten. Wer wirklich einen antitotalitären Konsens will, muss die Politik ändern und die Sorgen der Bürger aufnehmen. Atlas. Klartext. Klartext.